Willkommen zum DAX-Check am Donnerstag. Sie haben es vielleicht mitbekommen, die EZB hat in der Nacht zum Donnerstag oder zum heutigen Tage ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Wir wollen gleich sehen, wie der DAX, wie die Märkte auf diese Beruhigungspille seitens der EZB reagieren. Wir gucken nämlich auf den ersten Kurs des Deutschen Leitindex, der in wenigen Momenten auf der Kurstafel ja auch hinter mir erscheinen wird. Noch wird gerechnet, aber in Kürze sehen wir hier dann den ersten Kurs. Gestern haben wir ja wieder mal Verluste gesehen, also die ganz kleine Stabilisierungstendenz vom Dienstag. Die war dann gestern schon wieder dahin. Da sind wir mit einem Minus von über 5,5 Prozent schlussendlich aus dem Handel gegangen. Wenn wir uns die Vorgaben anschauen an der Wall Street gab es ebenfalls wieder Panikverkäufe. In der Spitze lag der Dow Jones 11,12 Prozent. Im negativen Bereich ist unter 19.000 Punkte gefallen. Dann wurde der Handel mal wieder für kurze Zeit ausgesetzt. Am Ende des Tages gab es dann dennoch nur, in Anführungsstrichen, ein Minus von 6 Prozent. Aber zwischenzeitlich notierte der Dow Jones auf dem niedrigsten Niveau seit November 2016. Das heißt, als Donald Trump Präsident wurde. Auf dieses Niveau ist er zurückgefallen. Wie gesagt, am Ende dann, ja, kleine Erholung, eben das Minus dann statt 11, 12 Prozent nur noch minus 6 Prozent. Und auch über 19.000 Punkte ist er dann wieder zurückgekehrt. An den asiatischen Märkten haben wir heute Morgen auch erst mal Verluste gesehen bei Nikkei und Co. Und wenn wir uns beim DAX anschauen, wo es hingehen könnte, des Jahres tief, haben wir rund 8.200 Punkten gesehen. Heute Morgen, die Indikationen für den DAX lagen schon mal unter diesen 8.200 Punkten. Also hier, da haben wir zuletzt im Sommer 2013 notiert. Vorbörslich wurde der DAX also zwischenzeitlich schon deutlich unter dieser Marke gesehen. Eher so Richtung 8.000 Punkte. Aber dann im Laufe der letzten Stunden, also beziehungsweise Stunde, da hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Und zuletzt wurde der DAX mit grünen Vorzeichen taxiert. Jetzt wollen wir gleich sehen, ob es wirklich so kommt. Und wenn ja, wie deutlich diese grünen Vorzeichen ausgeprägt sind. Und ob er die dann auch ja mit in den, oder über den Tag über halten kann. Hier sehen wir den ersten Kurs des DAX. Ja, 0,66 Prozent, 0,7 Prozent. Das ist jetzt der erste Kurs. 8.500 und ja, drei Punkte in etwa. Da sehen wir den deutschen Leitindex. Also die Zugewinne, die halten sich jetzt eher in Grenzen. Relativ kleines Plus, muss man an dieser Stelle schon sagen, wenn man es vergleicht mit den deutlichen Verlusten, die wir in den letzten Tagen gesehen haben oder in den letzten Wochen. Seit Beginn der Corona-Krise, seit sich das wirklich dramatisch verschlimmert hat, seit Ende Februar also, letzte Februarwoche, da haben wir rund 40 Prozent im deutschen Leitindex verloren. Diese Plus, 0,7 Prozent nicht mit reingerechnet. Also ungefähr 40 Prozent Minus oder anders ausgedrückt über 5.000 Punkte. Trotzdem, wir hoffen, dass es sich im positiven Bereich hält, dass es vielleicht irgendwie so zumindest eine Stabilisierung gibt, dass die Panik mal aus dem Markt verschwindet. Wir werden Zeit für Sie beobachten, wo wir können. Ein kleiner Hinweis noch, normalerweise gibt es am Donnerstag ja immer ein Update zum Hebeldepot von der Aktionär. Das wird es in dieser Woche nicht geben. Die Kollegen Völkl und Bergmann sind im Homeoffice und außerdem wird es ehrlicherweise auch wenig Sinn machen, jetzt ins Hebeldepot zu blicken, denn alle Positionen wurden mittlerweile verkauft. Das Depot ist also komplett leer, im tiefroten Bereich unterwegs. Da wird man erst mal stillgelegt lassen und sich dann, wenn sich die Situation einfach wieder stabilisiert, normalisiert, einen Neueinstieg wagen. So viel dazu. Also erwarten Sie von dieser Stelle keine neue Sendung. Wie gesagt, würde im Moment wenig Sinn machen. Den Darks Check, den gibt es aber weiterhin morgen und auch andere Sendungen natürlich im Programm von der Aktionär TV. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.